Mache es dir bequem, so bequem wie möglich. Und du entscheidest selbst, ob du diese Klangmeditation im Sitzen oder im Liegen ausführen magst. Versuche für diese Reise ungestört zu sein. Schalte dein Handy auf lautlos und genieße einfach. Es gibt für dich jetzt nichts zu tun und nichts zu kontrollieren. Diese Zeit ist jetzt nur für dich ganz allein. Und sollten noch Gedanken kommen, stell dir vor, wie du all diese Gedanken in ein kleines Paket hinein gibst, das Paket zumachst und einfach innerlich neben dich stellst. Und schließe nun deine Augen und spüre nochmal nach, ob du etwas an deiner Position noch verändern möchtest. Nimm jetzt ein paar kräftige Atemzügel. Atme ein. Halte die Luft kurz an. Und beim Ausatmen lässt du deinen Körper immer mehr in deine Unterlage sinken. Lass los und genieße dieses Gefühl des Getragenseins und der Leichtigkeit. Deine Füße sind entspannt. Deine Unterschenkel, Vorder- und Rückseite sind entspannt. Deine Oberschenkel ganz entspannt. Deine Hüfte und dein Gesäß ist entspannt. Dein unterer Rücken ist entspannt. Dein Bauchraum, dein oberer Rücken, dein Brustraum, deine Hände. Deine Unter- und Oberarme sind ganz entspannt. Deine Schultern, dein Hals. Deine Schädeldecke, dein Kopf, deine Stirn ganz entspannt. Und deine Augen, deine Nase, dein Mund, deine Zunge, dein Kiefer und deine Ohren sind entspannt. Dein ganzer Körper ist völlig entspannt. Nichts ist wichtig, nur das Hier und Jetzt. Und die Klänge helfen dir immer tiefer in dein Inneres einzutauchen. Vertraue und vertraue darauf, dass alles, was jetzt passiert, genau richtig und gut für dich ist. Es gibt nichts mehr für dich zu tun, nichts mehr zu kontrollieren, einfach nur sein. Und während der Reise atmest du in deinem eigenen Tempo weiter. Und stell dir einen milden, klaren Wintermorgen vor. In der Nacht hat es frisch geschneit und der Schnee ist noch ganz unberührt. Es ist noch früh am Morgen und die Sonne lässt ganz langsam ihre ersten wärmenden Strahlen über die verschneite Erde gleiten. Und du selbst stehst am Rand einer schneebedeckten Wiese. Du nimmst den Geruch auf des frischen, klaren Wintermorgens. Spürst deine Füße auf dem schneebedeckten Boden. Und atmest mit jedem Atemzug immer mehr Ruhe und Kraft ein. In der Ferne ist ein kleines Wäldchen zu sehen. Hohe, starke Bäume, vom Schnee weiß gefärbt, stehen dort, wie eine Insel in der unendlichen Weite der Wiese. Und du fühlst dich zu diesem Wald hingezogen und weißt, dass es das Ziel deiner heutigen Reise ist. Und geh nun langsam los, Schritt für Schritt durch den Schnee. Und während du langsam und entspannt weiterläufst, atmest du die klare, frische Luft dieses wunderschönen Wintermorgens ein. Und spüre deinen Atem. Es geschieht ganz automatisch. Spüre, wie die frische, milde Luft deine Lungen füllt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Atemzug für Atemzug. Und mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, gehst du noch tiefer in die Entspannung. Und du näherst dich jetzt langsam dem kleinen Wäldchen, mit seinen starken, von reinen, weisen, schneebedeckten Bäumen. Schneebedeckten Bäumen. Völlig entspannt. Völlig entspannt. Völlig ruhig. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Atemzug für Atemzug. Durch den unberührten, weißen Schnee. Nichts Wichtiges ist zu hören, außer dem Geräusch deiner Schritte im weichen, unberührten Schnee. Schritt für Schritt für Schritt. Vor dir siehst du jetzt zwischen den Bäumen einen Weg. Er führt auf eine Lichtung, einen großen, freien Platz in der Mitte des Waldes. Schützend, umgeben von den hohen, starken Bäumen. Und gehe jetzt dorthin, in die Mitte des freien Platzes. Kein Geräusch ist jetzt zu hören, nur dein eigener Atem, der die milde, frische Luft in deinen Körper zieht. Du bist nun in der Mitte des Platzes angekommen. Eine Lichtung, verborgen und geschützt. Umgeben von hohen, starken Bäumen. Und du siehst in der Mitte dieses Platzes eine kleine Hütte. Und gehe hinein. Die Hütte ist so, wie es für dich angenehm ist. Der Kamin ist an. Du hörst das Knistern des Feuers. Und du freust dich so sehr, dich jetzt an einem schönen Platz niederzulassen. Du kuschelst dich in deine Decke. Und die Hütte ist ganz nach deinen Vorstellungen eingerichtet. Du bist dort ganz allein. Es ist für heute deine Hütte der Klarheit. Und schau dich um und spüre die Geborgenheit und die Ruhe dieses Ortes. Hier kannst du in völliger Ruhe und Geborgenheit deine Gedanken fließen lassen. Dich erinnern an Vergangenes. An Vergangenes von diesem Jahr. Während du völlig ruhig und entspannt bist. Geschützt und geborgen an diesem Ort kannst du dich erinnern. Wenn du es möchtest. Schau zurück. Lass deine Gedanken fließen. Lassen völlig ruhig und entspannt. Schau zurück. Schau zurück. Erinnere dich an Vergangenes von diesem Jahr und lass es einfach zu. Eine Reise in deine vergangenen Monate. Wie ein Film. Was hast du dieses Jahr alles erlebt? Was möchtest du heute und hier noch festigen? Für was bist du besonders dankbar? Und während dein Körper völlig ruhig und entspannt ist, lässt du deine Gedanken, deine Erinnerungen fließen. Und vertraue darauf, dass dir genau jetzt die richtigen Gedanken und Erinnerungen kommen. Die, die für dich wichtig und prägend sind. Und von den Erinnerungen, die dir besonders wichtig, besonders wertvoll sind, mache ein Bild. Und präge es dir gut ein, damit du diese Bilder, diese Erinnerungen später immer wieder betrachten kannst. Wie eine Bildersammlung. Und während deine Gedanken noch vorüberziehen, begleite ich dich ein Stück weit mit auf deinen Weg. Und die Klänge helfen dir, noch mehr zu entspannen und einfach alles, was jetzt kommen mag, zuzulassen. In aller Ruhe, wie ein Film. In diesem geschützten Raum, in völliger Geborgenheit. In aller Ruhe, wie ein Film. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche dir einen freudvollen und genussvollen Tag.